moin leute hier ist mal wieder der autist aka theo ja ich wollte euch so ein community event einladen auf der plattform playstation ja die alle traktoren die hier stehen sind noch frei ihr könnt selber entscheiden welchen ihr die hier stehen sind nehmt oder auch hier drescher und häxler und radlader sind auch noch frei die fahrzeuge die in der einen halle sind wo ich jetzt hinfahre die sind leider nicht mehr frei aber sonst sind alle noch frei dahinter anhänger der ist auch noch frei falls ihr den noch nehmen wollt auf jeden fall die fahrzeuge die hier hier bei dieser halle stehen die sind nicht mehr frei sonst könnt ihr gerne entscheiden welches fahrzeug nennt die die anbaugeräte sind schon in der besten konfiguration aufgestellt wie die am besten wären also wie wir die am besten haben würden es können fünf weitere spieler mitmachen weil ich meine es können vier weitere spieler mitmachen weil schon ein kumpel von mir mit dabei ist ja das war es jetzt schon und dann muss ich das jetzt gleich bearbeiten wenn ich angekoppelt habe